Das war die Vorhersage, großer Preis von Europa, alles stimmt und hinten drauf sehen wir auch hier, das sind die Unterschriften. Deutschland, Brasilien, 0 zu 2, Torschütze, Ronaldo, ja und von mir dann noch die Gratulation zum Ziel, die Zauberei, ich versuche es Ihnen mal zu zeigen, Achtung, ja, und bin ich glücklich, ja, kein Fehler, ich muss mich jetzt nochmal genau anschauen, aber es stimmt, es ist okay. David Copperfield hat Konkurrenz bekommen und der Meister magiert, David Copperfield lässt sich sogar noch etwas von Nikolai zeigen. Konkurrenz